Herzlich Willkommen hier, ich bin euer Flushy wieder und zwar mit dem Part 3 und der Mission 2 So, dann wollen wir mal den nächsten Trailer holen und zwar mit dem Part 3 So, wie wir sehen können, können wir hier rechts runterfahren, da kriegen wir dann auch einen Auftrag, ich dachte ja vorhin, dass wir hier in Madrid keine kriegen. Vielen Dank. So, da vorne ist es auch gleich. So, dann wollen wir mal gucken hier nach Lissabon. Ja, da fahren wir den Bauholz, kriegen 3820 oder 70, da vorne ist auch der Trailer. So, dann kommen wir mal mit dem Trailer hier wieder nach Lissabon. So, dann kommen wir mal hin und kommen. So, dann kommen wir mal an. Dann gehen wir mal hin. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So, wir müssen geradeaus weiterfahren. Dann wollen wir nach Lezaron holen. Dann wollen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, mein Tag ist auch schon halb leer hier. So, das war es ja auch vom dritten Teil. Weiter geht es lieber hinter dem vierten Teil. Und der zweiten Mission. So, das war es ja auch schon.